Das ist ja eine mutere, erste Minute, da kommt noch das Tor, Jadim Fischer, Premiere 1 zu 0. Also Torchance, Pfosten Schuss. Amri Piotta, Mancini, der sich hier jetzt also behaupten kann, ein erstes Mal, aber hier unterzahlt Schuss, ein Tor, Diego Kostner, 2 zu 0 für Amri. Ein Shorthander in der fünften Spielminute. Er schafft es im zweiten Anlaufscheibe rauszubringen, nicht nur raus, sondern auf den Stock von Kubalik. Und noch ein Tor, 3 zu 0. Noch ein Shorthander. Sechste Spielminute. Dominic Kubalik, also. Abschluss und Tor. Matt D'Agostini, 4 zu 0. Zuri. Halb rechts an Zuri, Tor. So, jetzt haben die einen Fünftore-Wahnsinn hier in der Bosal-Arena Retos. Was die Tessiner da jetzt in dieser zweiten Hälfte dieser Powerplay-Gelegenheit praktizieren und da kommt das Tor von Bianchi. Beziehungsweise, es ist Elias Bianchi also, der Käpt'n, mit dem 5 zu 1. Der Tor, 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 der Tor. Oh, herrliche Spieltor. Deniz Everberg. 2 zu 5. Der Powerplay-Spezialist Deniz Everberg. Schlumpf, abgelenkt, Tor. 3 zu 5. Shorthander Nummer 3 in dieser Partie. Unhaltbar für Mansato. Wir sind jetzt in der 35. Spielminute. Flastino und dann Trisconi. Und da gibt es doch noch einen Empty-Netter. Noele Trisconi mit dem 6 zu 3 für den HC Ambri Piotta. Wir sind in der 17. Man masse, was erwords passiert? Vielen Dank! Das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020